Läuft das schon jetzt? Kann ich? Nichts, noch gar nichts sagen. Ich nehme jetzt nur die eigene Aufnahme auf, wie ihr jetzt quasi erstmal da sitzt und einfach nur auf den Fernseher startet, okay? So weit, Teddy. Teddy. Ich will dann aber noch mit meinen Mädels weg. Wieso? Wie ist es so? Wieso? Ich muss dann langsam zur Arbeit, wollen wir nicht noch was zusammen machen? Ich will jetzt noch durchspielen. Ich bin jetzt bei meinen Mädels. Ich will jetzt bei meinen Mädels machen. Das fällt aus. Wieso? Weil ich heute keine Zeit habe, weil heute das Wochenende ein bisschen beprobert. Vergiss es, ich komme dann wieder heim, wie jedes Mal. Nochmal? Vergiss es, ich komme dann aber wieder heim, wie jedes Mal. Vergiss es, ich komme dann heim, so wie jedes Mal. Nochmal. Naja, aber wenn ich das stelle... Wieso, was passt dir da dran nicht? Soll ich nicht mit meinen Armen rumfachteln? Das ist nicht ärgerlich. Mach das mal richtig ärgerlich. So richtig so, vergiss es. Du bleibst zuhause, du blöde Kuh. So nach dem Motto, wirst du hier. Nee. Willst du denn heute noch mit deinem Mädels weg? Ja oder nein? Ja. So. 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 Hey, komm! Der Flieger wartet nicht! Mach's jetzt bitte noch mal ab und zu! Hey, komm! Der Flieger wartet nicht! Oh man! Hey, komm! Der Flieger wartet nicht! Wartet nicht! Hey, komm! Der Flieger wartet nicht! Was denn? Mach's doch! Ja, wie soll ich sonst gucken? Lass doch einfach den Mund noch mal! Lass das doch noch mal und mach er nicht... Das ist gerade noch mal! Lass das doch noch mal aus! Lass das doch mal aus! Es wäre jetzt gut gewesen, wenn du nicht zum Tätigen guckst. Ja, dann wäre es gut gewesen. Steht ja auch da. Dann kratzt du doof. Guck mal, geht da rein. Warte mal kurz. Ich habe mich auf die Pläne. Ja. Das ist auch mal zu. Das kann laufen. Ich muss da recht. Ich kann gut sagen. Warte mal kurz. Ich kann gut sagen. Hör zu. Hättest du nicht... Werzähl. Sag mal, warum machen wir das eigentlich hier? Das ist unser Freund und wir sind ihm schuldig. Wir müssen sehen, was von ihm übrig ist. Ich habe aber was besseres zu tun, als den Babysitter für irgend so ein Spasti zu spielen. Kannst du mal auf, von hier so rumzuschreien? Wieso? Glaubst du, er hört uns? Er hat seit Monaten kein Wort mehr gesagt. Der ist wie ein Radio ohne Antenne. Bei dem rauscht es doch nur noch. Der hat auch... Ja, aber pass mal auf, wenn wir nicht gewesen wären dann... Dann, dann was? Du hast die Karre vom Ka-Baum gesetzt, mein Freund. Vorm Ka-Baum gesetzt? Er hört uns. Der hat seit Monaten kein Wort mehr gesagt. Der ist wie ein Radio ohne Antenne. Bei dem rauscht es doch nur noch. Mit der hat er... Na... Nein. Vor allem wird es warm, ich bin ja schon langsam rot, ey. Ich brauche Futter. Okay, Bär, wir machen einfach zwei, drei Mal und dann... Okay. Kann ich mich nochmal kurz ein bisschen... Sag's nochmal zu mir. Ja. Willst du heute nur mit deinem Mittelzweck, ja oder nein? Vergiss es, ich komme heim, so wie jedes Mal. Willst du heute nur mit deinem Mittelzweck, ja oder nein? Ich kann darauf langsam nicht mehr so doof reagieren, wie ihr euch das vorstellt. Du sagst einfach nochmal aber und wirst dann quasi abgehakt. Und Action. Aber... So ein aber sei halt sowas... Aber. Aber du willst dann weiter erzählen. Sagst du aber... Weißt du? Und Action. Aber ich... Ne, mit diesem... Mit diesem äh äh... So komisch nochmal so Wundwinkel verziehen, das ist... Und umso öfter ich mache, umso weniger weiß ich dann, wie ich's machen soll. Ja, lass dich ja nicht vorriss machen. Wollen wir? Wollen wir? Na aber ich... Und nochmal? Ich mach immer die Wundwinkel. Ne, es war okay. Mach's einfach nochmal. Aber ich und dann... Na aber ich... Na aber ich... Vergiss es. Wieso? Weil ich heute keine Zeit habe, weil heute das Wochenende mit Robert ist. Jetzt hat er wieder Angst vor mir zu reden. Felt die hier. Einsatz. Ach so. Äh. Oh Mann. Du sagst, haben sie jetzt konzentriert auf das Spiel oder was? Ja. Naja, aber du musst ja auch mal jetzt hier... Ich hab hier auch noch ein paar Wissen und sagst und da... Komm bitte. Ne, ist doch nicht. Okay, äh... Hast du 40? Ja, ja. Das Spiel ist ja Fiction. Let's check. Exapolitik. 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 Schön aus. Was hat er jetzt gedreht? Schön. Schön, wusste ich jetzt. Hast du aufgenommen? Ja, wusste ich jetzt. Ja, wusste ich jetzt. Mit dir auch einen schönen Abend. Ja, auch einen schönen Abend. Vielen Dank.